So, willkommen zurück und ja, hier gefiel ja das auch so von der Aufmachung. Ja, das ist nicht schlecht. Gut, dann probieren wir da auch mal einen Poki. Mal schauen, ob wir hier vielleicht was wieder kriegen. Und jetzt hält ich nichts gegen. Mal gucken, noch Helder sind hier um 200. Wir kommen jetzt. Ja, haben wir's gut. Und nein, schade, bleibt einem davor stehen. Wir kriegen in der ersten Runde ein Wild, in der zweiten zwei und so weiter bis fünf Runden, bis fünf Wilds, die sich irgendwo einfach niederlassen quasi. Okay. Kann man nur halt hoffen, dass jetzt ein bisschen die sich mal gescheit dahin positionieren. Oh, da machen wir mal ein bisschen was. Und jetzt kommt's drauf an, macht der Multiplikator hoch. Leider nicht, aber neun Euro extra für den Anfang. Also, es geht um. Und jetzt kommt's drauf an, macht der Marty Pömer. Wo ist die, 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 die ihrer, die Gäste drought, die sich am besten für? Und dann kommt's drauf an. Ich glaube, immer mal einfach mal ein año. Und dann geht's. Und dann kommt's. Ich bin jetzt bereit. Und dann geht's mir dann bitte. Und dann geht's mir noch mal wieder. Und dann geht's mir jetzt mal wieder. Und dann geht's mir hin. Vielen Dank. 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 Ja. Ja, da ist er. Und wenn du einen Wald hast, klappt das nach oben und nach unten auf. Und wenn voll ist, dann fahre eine Runde und dann verschwindet die da. Also die zwei klappen jetzt beide runter. Ja. 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 Cool. Cool. Ja. 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 Das war das für 60 Cent. Ja. 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 Ja.